Prozent von zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge viele bis in der Tiefe auf SkyBlock Expo mit Jan hallo so Prozent der Folge können wir uns mal darum dass hier einiges Interessantes passiert und zwar haben wir noch ein Kriegs hatte Prozent und das entfernen wir heute mal und zwar baue ich mir dafür eine Void Pipe Void Transport Pipe die besteht aus einem Inksick, einem Glas und einem Redstone äh Redstone haben wir jetzt hier etwas also ich hatte vorhin schon mal welches gesehen, hier haben wir doch welches und ein Inksick habe ich auch irgendwo ein Glas haben wir hier daraus können wir uns eine Void na wie rum so rum wir wollen eine Void Transport Pipe machen und daraus können wir uns eine Void Blue Pipe mit so einem Ding machen dann brauchen wir Kaktusgrün dann brauchen wir Kaktussamen okay die kriegen wir jetzt wieder da raus und wo würden wir Kakteen herkriegen? weil irgendwo ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwo Kaktus Seeds bekommen Kaktus Seeds von Ex Nihilo aus Sand drei Prozent habe sie gefunden dann brauchen wir jetzt dann brauchen wir jetzt einen Sandblock den wir irgendwo hinstellen können ich stelle jetzt einfach erstmal testweise hier drauf au so dadurch dass wir leider nur einen von diesen Dingern haben ja wir haben wirklich nur einen das ist ja voll Kacke müssen wir jetzt eine Weile warten bis der Kaktus ausgewachsen ist weil ich will jetzt nicht unseren einzigen Kaktus dafür verschwenden nicht verschwenden also vor Craften gut dann das nächste was achso ne nicht erstmal das nächste so als erstes die sind inzwischen alle gelockt okay perfekt das heißt ich mache jetzt mal mein Invi leer bis auf die Hotbar weil die brauche ich noch zack passt leider nicht ganz alles rein dann behalte ich den Hammer und tu das hier nochmal rein da ich jetzt mal gucken will dass ich alle Items die aus das kommen Whitelisten kann das heißt als erstes stecke ich mal das mit an den Dings dran fuck äh ich brauche natürlich noch ein paar Kabel das würde ich natürlich mitnehmen oh jetzt habt wir davon nur noch hast du noch welche von diesen Nodes oder Transferpipes eher gesagt Pipes? nö schade okay weil die 8 werden nicht reichen ja ich brauche noch einige okay dann kann ich mal gucken was diese Pipes das kosten äh ich suche sie einfach gleich mit Transferpipes okay die kosten ein Redstone und ein paar Stone Slabs und Glasspipes so dann ups war es jetzt echtes Glass oder Glasspipes? äh okay nichts davon so machen wir nochmal Achte und stecken das mit da dran ich überlege schon fast ne das ist Quatsch das mit nem Hopper noch zwischen zu speichern so dann kann ich jetzt hier das wieder zubauen dass das alles schick aussieht und dann kann ich jetzt anfangen Stück für Stück alles zu listen wie zum Beispiel dieses Iron Ore das gepowderte oder Platin so was haben wir noch? Kupfer Bone Meal das hier das hier Aluminium und das muss jetzt alles mal Stück für Stück hier einsortiert werden das hier hab ich noch nicht Diamond Dust was ganz wichtig ist Tin Sulfur wir haben ja jetzt schon über 200 Diamanten V oder Led wie schon wollen wir? ja hab ich schon äh Sulfur Diamond Tin Blaze Powder Gun Powder ah ne Gun Powder hab ich schon äh Jan kannst du mal auf die Seite gehen von Dust und mal gucken was wir alles schon haben und was noch fehlt was aus Dust alles rauskommen kann lass mal vorlesen bitte ja lass mich kurz zu keine Eile ja hab's offen okay äh diesmal vor einfach wollen wir? ja Tin äh Tin ja Gielorium 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 ja mal gucken dass wir das auch mal finden wie sieht denn das aus? ah hier ne Gielorium ja weiter ähm Aluminium Hallo haben wir ja hier Gold aber bin ich dumm Gott ja hab ich Latin ja Upfer ja Eisen ja Nickel ja Blaispoiler ja Silber 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 hatte ich auch schon ja Sulfur Sulfur ich kann mich dran erinnern dass ich das schon mal eingefriert hatte ja hier ist es äh Redstone jo Blei 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 äh wie heißt das heißt das Blei auch genau so Led achso Led Ach du hast es auf Deutsch Ja Ja Led hab ich Schießpulver Schießpulver ja Gloustone Ja Gloustone Dust Skystone Dust Ja Diamant Ja Gut mehr kommt nicht Alles Ja Dann hab ich mich damals verzählt So dann kann ich jetzt hier mal jetzt mal auf den Kontor gehen und kann alles einsortieren demzufolge demzufolge so dann haben wir jetzt ein Ressourcenlager unser Kaktus ist leider immer noch nicht gewachsen Okay Alles drinne So Kann man irgendwie den Kaktus schneller zum Wachsen bringen ich glaub nicht Sieht doch ganz angenehm aus was wir jetzt an Krams haben Unser Strom ist wie immer am leer sein Und unsere Schmelze ist stabil am Ausgießen Perfekt Gut Äh Jetzt würde ich gerne mal solche Dwar Upgrades machen 8 times more 13 times more Okay Und Hier das World Upgrade könnten wir mal in Erwägung ziehen Und Ja so viel Aber jetzt werden wir noch nicht haben Oder Wie viele haben wir von den Dingern schon Oh Okay Das überrascht mich jetzt Führe mich viele Äh Jetzt Ja Wo hast du die her Aus der Kiste Wo wir ursprünglich alle Erze drin hatten Okay Hast mich überzeugt Ganz schön viele Ich zähl mal kurz vor 1 2 3 Mal 1 2 3 4 Sind 12 Minus 2 sind 10 So Dann brauch ich jetzt einen Haufen Holz Wo wir ja von inzwischen auch einiges haben Wenn ich mich nicht täusche Äh Hier müsste doch irgendwo noch Holz sein Genau Gut Und dann kann ich jetzt hier solche Dwar Template Teile bauen Habe ich irgendwo noch Dwar rumliegen Nee Ich hab ja letztens passend gecraftet Das Okay Das ist ja ganz schön teuer für eigentlich So ein paar Dwar Geht das? Okay perfekt Daraus kriege ich jetzt Ein Sticks Und daraus kriege ich Einiges an Woa Templates Dann brauch ich noch mehr Sticks Und daraus kann ich jetzt mal Neun von diesen Teilen bauen Und die jetzt hier mal alle Ein Okay Das war's schon Gut Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz Ich setze mich dran Dass wir so langsam anfangen Mit Sand durchsieben Ja tu das Weil für unsere Neu Ist unser nächstes Kommt Raum Der Gerne Hast du recht Okay Ich setze erstmal keine Robber Saplings Weil wir haben keinen Robberbedarf Gerade Normalen Holz Bedarf Keine Ahnung Ich mag irgendwie Dwar in Minecraft Ach das meintest du mit dem Tank für die Schmelze Ha lord Geil Geile Idee Hier stand da als ich es weggenommen hab Aber da war es leer Alter dieses Eisen Perfekt Auf jeden Fall So Dann brauche ich Noch mehr Sticky Linus Und dann kann ich mal noch Hier Die restlichen Dwar Upgraden Die können jetzt Einen Haufen halten Ja Das heißt hier sollte alles wieder erfolgreich rausgezogen werden Natürlich habe ich jetzt auch die ehemals mit weggetan Nicht Genie Oh das ist schlecht Ich hab keine äh Holz im Inventor Oh danke sehr Brauchst du es? Mh Keine Ich werde jetzt natürlich jetzt nicht Dein Holz wegnehmen Ich hab mir doch was von deinem Holz geklaut Was da drin war Ja kann ja sein dass du auch gerade Holz brauchst Das will ich dir natürlich nicht nehmen Übrigens deine Weiher sind hier drin Quatsch So dann guck ich nochmal hier wie viel ich hier brauche 1 2 3 4 5 6 18 12 14 16 18 brauche ich nochmal Du wirst noch mehr brauchen weil ich das gleich noch erwarten muss Ja Ja Nein das bräuchte es mir nicht Okay Kann ich ja machen Du hast da gerade ein bisschen was von mir aufgesammelt Warte mal kurz bitte Wieder Was hast du denn du? Diamanttherma plus Diamanten plus Verstückst glaube ich Nur Diamanten Okay Du hast alles wieder Wenn ich mich nicht irre Ne Brauch ich gar nicht mehr Egal Dann haben wir jetzt Diamanttherma aufs Lager Perfekt Jan Das ist so Stick aufwendig was ich hier gerade mache Ich muss mir noch eine andere Möglichkeit geben Sticks herzustellen So Sind zwar nicht ganz 18 Aber sind wenigstens schon mal ansatzweise Ein paar Zack Das heißt es fehlen jetzt noch 4 Stück Bist du noch ein paar Fäden für mich? Muss mal gucken Wir haben auf jeden Fall viele irgendwo Oh Absolut Weil wenn wir keine Fäden mehr haben Aufgrund der letzten Folgen Was wir da abgebaut haben Ja Sind die mal irgendwann alle werden dann Brist du ein Besen Ich wollte es jetzt nicht sagen Ja wir haben kein Holz mehr Und da wir keinen Strom mehr haben Haben wir jetzt auch kein Gar kein Holz mehr Das ist blöd Ja Aber so richtig Gar keins mehr Das ist Finde ich gut dass ich noch ein bisschen was brauche Achso das ist jetzt deine Kiste gell Meins Mein Warenlager Ja Okay ich wollte aber die gestrigen Sticks Die ich brauche So Auf die verschwenderische Weise Oh man mir fehlt immer noch eins Verdammt Was denn? Na um alle zu upgraden Was fehlt dir da noch? Na ein bisschen Holz Aber ich kriege das schon irgendwie zusammen Ja Habt ihr was getroppt Okay danke Damit kriege ich es So das heißt ich brauche noch einen Du Fast X So ein Upgrading Ich hätte doch eigentlich Dachte ich So perfekt Jetzt hab ich noch kein Holz mehr Ihr Ich hab ne lustige Idee Was wir noch machen können Und zwar Okay meine Kramkiste Was langsam zu klein Und zwar haben wir hier oben noch zwei Slots frei Was Drawer betrifft Ich nehme einfach mal ein bisschen Eisenwit Und lager das mal da ein Dass wir mal ein bisschen davon loswerden So dass wir noch ein Heavy Ox Hier rum In Hinten Ernst Ups Ups das war Silver Gerade kein neues gemacht Das ist ein Block of Irons So tun wir das mal anders hier rein Oh es ist voll Okay Ich hab nichts gesagt So Tun wir den Rest aber hier rein Und gucken mal was wir noch noch offen haben Kupfer haben wir noch ein bisschen was So ein bisschen was ist gut Lol So hab unser Eisen und unser Kupfer mal hier oben mit eingelagert Also wenn du mal irgendwann was brauchen solltest Guck da oben nach Gut Was haben wir als nächstes auf dem Plan Verkabelung Ähm Ja Wäre eine Möglichkeit Das ist auf jeden Fall ganz gut Ich war die ganze Zeit Ah ok eins meiner Kakteen ist fertig Nein ich bin so doof Ich hab den oberen Kaktus abgebaut Ist das nicht schlimm? Ja er ist auf den anderen Kaktus drauf gefallen Wenn dein Item auf dem Kaktus fällt wird gelöscht in Minecraft Ich weiß Ich wollte dein Wissen nur aufkuschen Ähm Aha Ja kannst du laut sagen Hä wo ging das Achso So können wir drauf zugreifen Soll ich die Upgrades wieder rausnehmen Achso ne kann man nicht weil Hier könnte ich es rausnehmen Ok das ist eigentlich ganz kalt So jetzt Das nächste was ich dann bauen würde Wären Void Upgrades Aber Das macht gerade noch keinen Sinn Da ja unsere Sormel Schon voll ist Ok Du brauchst jetzt am Sandproduktionsstrang Guck da mal hin Ja ich seh es Ich wollte noch ne Pipe gebrauchen Ja eine Ne ein paar mehr Ich hab vier Ich hab nur vier Kannst du die nehmen Ist noch ein bisschen Holz Das was hier Was du hier findest Hab ich noch alles andere Ne So Ne 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 So Aber wenn wir das nächste Mal wieder drauf kommen Sollten auf jeden Fall Die Ressourcen Ja nicht voll sein Wir haben mal wieder so lange warten So Nein Glaub mir Da passt jetzt so viel rein in die Dwar Also das reicht erst mal so lange Rede kurzer Sinn Wir können ja mal gucken was wir jetzt mal hier Weil ich weiß gerade nicht so wirklich wie wir weitermachen wollen Muss Wie gesagt erst mal verkabeln hier Hm Ah ja Strom Okay Die 5 Solar Paneele die wir jetzt haben schon mal anschließen Was haben wir für welche Ich bin eins Die 1RF pro Trick machen Meiner Meinung nach Quatsch Gut Dann bauen wir den Sandproduktionsstrang Wollte ich vorschlagen Und warten mal drauf Dass wir ein bisschen Elektro-Teilen kriegen Außerdem Warte mal 6 Tier 1 hast du gesagt 5 5 5 5 5 Okay ich nehm die mal mit gell Kann ich mal da hinten an deine Kiste gehen und den Solarpanel Quatsch rausnehmen Wieso Weil ich gerne damit weiterarbeiten würde Nein wir haben doch keine Elektro-Teile Ja, ich mach welches. Wie denn? Sand durchsieben. Ja. Ach nee, mir hat ja jemand meinen Sand durchsieben geklaut hier drüben. Ach nee, steht noch da. Gut, ich hab nichts gesagt. Ich hab schon das Schlimmste befeuchtet. Irgendwann hatten wir noch Compressed Sand. Dann hab ich nämlich irgendwann... Ich hab das nur nochmal an Sand gefunden. Ich hab das doch heute im Schnitt gesehen, dass ich Compressed Sand irgendwo reingelegt habe. Es ist noch mehr Sand. Und ja, wir sind bei den Folgen ein bisschen im Voraus. In der Aufnahme. Ja, ist egal. Ich ziff jetzt erstmal das durch. Du kannst ja weiter an deiner Sandautomatisation bauen, wenn du magst. Ah, shocking. Das Problem ist, ich brauch erstmal die... die Adopter und Kabel. Dann bau dir welche. Ressourcen findest du da drüben. Oder an deiner Kiste. Äh, die Pipes. Wo hast du die? Äh, guck mal in meinen Kisten nach. Irgendwo was du siehst. Also irgendwo müsstest du fündig werden. So. Sieht doch mal ganz positiv aus. Oh. Wir sind am Ende. Seh ich gerade. Am Ende? Hm. Okay. Das heißt... Das war's jetzt mal mit der heutigen Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann ist gerne eine positive Göttinger. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Tschüss.